Was kommt denn gleich? Ein Auftritt. Ah, ja ich mache schon eifrig Werbung, wir verteilen Flyer. Funktioniert alles? Ich hoffe, ne? Ja, ich hoffe auch. Ja, euch geht's gut aber, ne? Mega. Ja? Ja. Gut, das Wetter ist nicht gut, also haben wir alles richtig gemacht mit dem Zelt, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber das Wetter wird ja wieder gut. Wann? Ja, gleich, wenn es losgeht. Ich habe keine Uhr an. Ja, ich auch nicht. Ja, schauen wir mal. Aber ich denke, das kriegen wir hin, oder? Habt ihr die Bühne schon gesehen? Ja. Größer als erwartet. Ja, ich habe das doch beschrieben. Sieben Meter. Ja, jetzt ist es größer. Ja? Sieht gut aus, ja. Dann können wir drauf tanzen. Dann gucke ich mir das gleich nochmal an. Okay, also. Jetzt gleich um 13 Uhr geht's los. 13.11 Uhr, Parade über die Campsite. Kann Dennis auch noch was zu sagen, wenn er möchte. Und ja, freust du dich schon? Ja, mega. Also ich hoffe, dass unsere Camper hier super motiviert sind. Und also wir sind, wir sind heiß. Heiß wie Frittenfett. Doch, kann man so sagen, oder Marvin? Also es sind auch viele hier, die schon wussten, dass wir kommen und sich das Fest eingeplant haben. Ja, geil. Ja, dann rocken wir. Ein gutes Gelingen und ein trockenes Festival. Oder? Trocken hoffe ich nicht, aber achso, vom Regen. Achso. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. Gut, dann sehen wir uns gleich auf der Bühne. Und dann sehen wir uns gleich auf der Bühne. Und dann sehen wir uns gleich auf der Bühne. Tschüss. Du sagst, okay, okay. Oh, 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 oh. In Angst, nichts weiter verwein. Ich bin ein Lied. Wir sind ein Lied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR